Hallo Leute, hier ist der Marc von HeadGamerP. Willkommen zu einer hoffentlich nicht gefällten Aufnahme von Beastplay Staffel 3 mit der Casey. Ja, hallo. Ich bin schon wieder dabei. Hey. Na, na. Meine Zuschauer müssen immer noch gelangweilt sein, du. Ja, immer die gleichen Leute. Können wir schlafen gehen? Können wir machen, ja. Ich gehe mal eben pennen. So, ich auch. So, jetzt bin ich auch wieder... Ja, ich bin zu Hause, genau. So, bitte lass aufhören zu regnen. Ich sage, ich kann Musik. Musik. Ich habe Musik an. So, warte mal. Ich eigentlich auch. Liege. Ich auch. Gut, bitte hör auf zu regnen. Bitte, bitte, bitte. So, meine lieben Freunde, ich mache mir heute einen... Nein, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Hallo, Regen. Jetzt habe ich den Regen auch ganz kurz gehört. Ich habe ja schon ein Jetpack hier. Oh yeah. Oh yeah. Jetpack ist cool. Hast du Gold? Ja. Würdest du mir Gold abgeben? Ich tausche es nur gegen Glowstone. Gegen Glowstone? Ja. Hm, nee, das rentiert sich für mich nicht. Dann gehe ich runter. Ich habe sechs Stück. Ich habe sogar noch... Was ist Glowstone? Ores. Achso, du meinst Gold. Also, Gold-Erds habe ich 33 und Ingits habe ich 6. Ah so. Ich habe endlich Solar-Panels. Und ich gehe zu meiner Meining-Türtel und weiß nicht, was sie so gemacht hat. Ja, ich brauche es zu futtern zuerst. Heilige Scheiße hat die hier viel gemacht. Meine müsste auch jede Menge gemacht haben, glaube ich. Wo sind die jetzt hin? Äh, was für die? Essen? Törtli? Oder ist ein Creeper? Äh, ja. Ich habe alles verfüttert. Der darf aber diesmal ruhig hochgehen. Hallo, kann es hochgehen. Ich gehe jetzt so runter. Weißer, da gibt man den Creepern schon mal eine Chance, hochzugehen? Ja. Ja, und dann wollen sie nicht, ne? Ja. Dann hängen sie da und gucken. So, ich hoffe mal, dass meine Musik ist nicht zu laut. Guck mal, Creepy. So, okay, sie ist hochgegangen. Ich glaube, ich habe gerade dein Ding gefunden. Da ist sie. Mein ist auf Badrock. Oh Gott, das wird Tödl hier. Ach, du Scheiße. Warum sind da keine Sachen drin? Da ist Lava. Jetzt wird schon jemand rausgenommen. Äh, wo ist überhaupt meine Tödl? Nee, die ist da oben angegangen. Okay, das macht nichts. Ähm, ich... Oh, nee, ne? Jetzt sagt mir keiner. Doch, ich habe Erde dabei. So, zwölf Rubber habe ich mal wieder. Okay. Eisendast. Scheiße, Mann. Nein, ich mache... Scheiße. Ähm... Scheiße, sag mal nicht. Das muss wieder in den... Das macht man, ne? Genau. Ja, aber wenn man Scheiße machen würde, dann sähe es hier ganz anders aus, Casey. Das stimmt. Deswegen sage ich, mache ich, äh, sage ich Lieferscheiße. So, ich mache mal... So, erst mal besichert hier von der Lava. Kein... Boah, weh, du hast keine Dias. Blödes Ding. Gibt's Ärger. Das ist vielleicht denn mit Appetite. Appetite heißt das. Ich weiß auch nicht, was man damit machen kann. Das ist genau, du hast es richtig gesagt, so. Appetite, oh. Appetite. Appetite. Rufe jetzt an für 0100 Appetite. Appetite. Ja, das musste ja mal wieder sein, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich war das jetzt nicht, ne? Nein. Ähm... Äh, doch. Ich habe nur Appetite gesagt und du hast dann gleich angefangen. 0100 Appetite. Deine neue Nummer. Ja, falls es schnell gehen muss. Okay. So, ähm... Gibt es auch in Massen. Besonders bei Casey, ja. Mann! In grün und in blau. Ja, was denn? Ich brauche Gold. Und ich finde nicht... Ich weiß nicht, was... Na, 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 na. Pass auf, jetzt werde ich drastische Maßnahmen hier ergreifen. Ja, mir reicht es jetzt hier. Ich habe keinen Bock mehr. Ich verlasse das Projekt und so. Nur weil ich dir kein Gold gebe? Ja. Boah, diese blöde Töttel hat kein... Keine Tiers gefunden. Ja, ich weiß. Und deswegen muss ich drastische Maßnahmen ergreifen. Sie lernt es ja nicht anders. Sie soll verdammt nochmal Gold finden. Und wenn nicht, dann finde ich Gold. So, dann heißt das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mal gucken, was ich hier mache. Ach, scheiße. Und ich weiß jetzt... So, das wollte ich machen. Und ich mache... Oh Gott. Da kommt mir doch glatt Kohle. Kohle brauche ich nämlich. Wer, warum? Ich glaube, über mich ist alles... Das richtig Party darum. So. So richtig geil. Party, 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 party. Oder wie man das bestimmt Zombiesporn oder so. Gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf Zombies. Könnte was sein, ne? So, okay, dann kommt meine... Hier kommt der Chestyn. Und die Mining-Töne kommt so dahin. Äh, ist das richtig? Ach, du, du arbeitest gerade mit deiner Mining-Töne? Ja. Oh, das ist interessant. Wie macht sie sich denn so? Na ja, ist ein bisschen... Energiemäßig weiß ich jetzt nicht so. Und wie ist die denn so in der Schule? Ähm, na ja, sie muss noch viel lernen. Die baut immer ab, wo sie nicht abbauen soll. Oh, das kenne ich. Das hatte meine Mining-Töne auch. Aber mittlerweile ist sie in die weiterführende Mining-Töne-Schule. Ah, okay. Und deswegen hat sie es jetzt mittlerweile gelernt, ja. Wie kann ich denn überhaupt das Energie-Level nachsehen? Das weiß ich nicht. Hey, Turtle, warte mal. Du sollst mal warten. Hey, Turtle, warte mal auf. Ja, warte mal. Okay, die kann ich jetzt nicht anhalten, ja. Naja. You can't stop the Turtles. Ich nehme mal Eisen mit hier. Das wäre auch so eine Idee für einen Horrorfilm, ne? Wieso? Stoppable Turtles. Bitte auch mich nicht. Sottel. Mach ja deinen Job gut, ne? Die kommen dann gleich wieder. Äh, ich meine, später, irgendwann. Oh Gott, ich muss immer wieder rausfinden. Tunnel 5, ne. Tunnel 60. Jetzt muss ich hier echt drastische Maßnahmen ergreifen. Sie will ja kein Gold finden. Puh. Bin nicht dumm. Ach, guck mal, da grabe ich direkt hin frei. Das muss doch eigentlich X-Ray sein hier. Bin so ein Cheater, ey. Cheater. Ich bin auf der Suche nach etwas Gold. Ich brauche Gold für einen MFE. Hast du keinen Glowstone mehr? Nee, wirklich nicht. Ich könnte aber in die Mine, um mir eins zu holen. Aber wie viel Gold hast du nochmal? Äh, neun Goldwaren und 33 Ohrs. Das, ach so, ja, das wird dich doch, wie viel Glowstone möchtest du denn haben? Ich will eigentlich nur ein Jetpack haben dafür. Also ich meine jetzt, äh, guck mal, ich weiß jetzt nicht. Also vier, vier Glowstone-Dust, vier. Die bringe ich dir, Kathy. Dafür kriege ich all dein Gold. Ne, nur die goldenen Ingrid vielleicht. Wie viele sind das nochmal? Sechs. Das reicht nicht. Wie viel brauchst du denn? Ich weiß es nicht genau im Moment. Na, ich brauch doch bestimmt auch irgendwann noch was. Ja, du bist aber so. Was? Weiß nicht. Ich brauche... Scheiße, äh, vier. Ich hau dir mal in den Maserator. Warte mal, vier. Ich muss mir erstmal einen Overclocker machen, ey. Das geht ja gar nicht, ja. Ach, da komm ich vier draus. Dann hab ich ja schon mal hierfür vier. Ich brauche... Oh. Ich brauche, so wie es aussieht, nur ein Gold in Gold. Ganz wenig so geben. Und ich gebe dir dafür, sagen wir mal, einen neuen Tin-Dust. Okay. Jo. Ich bin unterwegs zu dir. Ich fliege mal. Ich fliege zu dir. Immer schön neidisch machen, meine lieben Freunde. Aber Kathy, hast du Lust, bis 21 Uhr jetzt noch aufzunehmen? Ja. Das macht gerade so Spaß mit dir hier. Ich hoffe, ich mache... Du machst... Es macht auch Spaß, äh... Du weißt ja, den Weg, ne? ... mit mir aufzunehmen. Ja. Ich hoffe, deine Zuschauer akzeptieren mich auch. Wehe nicht, Leute. Huch. Ihr habt die Alpha und du, ihr redet ja fleißig immer über mich. Ah, danke sehr. So, hier kommen deine neuen Tin-Dust. Ja, Tin. Tin brauche ich immer. Danke. Tin ist gut, ne? Ja. So. Ah, mein Jetpack ist gleich. Kommt gleich in den unten. Also ich freue mich so, dass ich schon so weit bin jetzt doch. Ich habe mich nämlich jetzt so 14 Folgen mit Hausbau und sonst relativ unnötigen Sachen aufgehalten. Ja. Weißt du? Und jetzt bin ich eine der weitesten. Übrigens, ähm, weißt du, dass man mit dem Maserator Stein in den Sand verwandeln kann? Nee. Ist geil, was? Das ist wirklich geil, ja. So, ich brauche noch ein Tree... Ah, nein, ich habe doch meine eigenen Bäume, aber... Kommt das hier? Ah, ich weiß nicht, 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 weiß nicht. Tree-Tap, da. Ich glaube, ich mache mir noch einen. Die müssen leer sein. Perfekt! Perfekto, perfektum. Ich mache mir mal lieber noch einen. Habe ich? Die sind so. Und... Ich glaube, meine Musik ist zu laut. Scheiße, wo ist mein Maschinenblock hin? Drei habe ich noch. Scheiße. Oh, ich hoffe mal, da hört man noch. Irgendwie kriege ich immer so kleine Leggies. Warte mal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, okay. So, dann brauche ich den, den. Jetzt habe ich schon vier, dann kommen noch vier, dann habe ich acht, genau. Naku, wie geht es dir so ganz alleine? So, dann mache ich mir schon mal den Maschinenblock. Schlecht? Oh, tut mir leid. Sag mir bitte jetzt nicht, man braucht... Was wolltest du dir machen? MFE mache ich mir, erweitert einen Energiespeicher, der... Ja. Und was für eine Energiequelle hast du? Geothermal und Solarpanels. Okay, kenne ich mich nicht aus. Geothermal. Was mit Lava, glaube ich. Kann man ja echt nicht aufladen. Dann... Okay, dann bin ich zufrieden. So. Weißt du was, Kuh? Ich werde dich mal schlachten, damit ich was zu futtern habe. Bleib stehen. Danke. Du hast deine guten Dienste geleistet. Gute Dienste. So. Oh. Ich glaube, ich habe ein Netz nur von nur gebaut. Nur gebaut? Ist das schlimm? Bitte, bitte. Ich weiß es nicht. Ja! Ich habe einen MFE, den kann ich jetzt aber noch nicht anschließen, weil ich noch einen LV-Transformer brauche. Ja. Und das werde ich mir jetzt auch schon mal machen. Das hat mir nämlich der liebe Jan gesagt, dass man den braucht. Copper. Das geht ja... Also, das ist ja wohl keine Herausforderung jetzt hier für mich. So, erstmal möchte ich mal die ganzen Steine wieder einfüllen. Die brauche ich im Moment gar nicht. Das Tindust kann ich eigentlich auch mal berate. So. Casey. Ja. Die Casey von Casey's Media und von Cathy Craft LP. Jetzt neu. So. Und das kommt in den Extractor. Boah, ich kann hier gar nicht so schnell immer hin und her rennen. Schon wieder Golddust. Ja, immer diese Hin- und Her-Rennerei, ne? Ja. Generell in Meinenschaft. Wenn man grad so ein Bauprojekt hat und dann rennt man immer hin und her. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Okay, dann muss ich mich jetzt doch nochmal konzentrieren. Oh, dann bin ich leise und halte meine Kloppe. Nein. Nein? Darf ich auch so? Das ist aber sehr lieb von dir. Ich versuche immer so ein bisschen französischen Akzent einzubringen. Was aber nicht, hast du gestern meine Verabschiedung, die fandest du auch gut, ne? Bleibt so französisch wie ihr seid. Ja. Euer Franzose Franck. Bist du eigentlich interessiert in Fußball? Ne, ich hab mal gespielt, aber weiß ja auch nicht wieso. Du hast schon alles gemacht in deinem Leben, alles. Hm? Ich hab vieles schon gemacht, ja. Du warst schon in Paris. Nein, weil ich gar nicht. Ich weiß. Ich will dich aber auch dann machen in vier, fünf Jahren. Ach ja, da hast du gerade deine Midlife-Krise. Ja, ich hab meine frühere Midlife-Krise. Halt Midlife. Midlife. Midlife kann man ja das dann nicht nennen, ne? Dann Early Life. Äh, was sagt man, wie heißt denn immer? Quarter mit, na, Quarter Life Crisis. Quarter Life Crisis. Hört sich wie Half-Life an, ne? Wie so ein, wie so ein Computerspiel. Quarter Life. Jetzt neu. Zerstöre. I have meine Quarter Life Crisis. Oh Gott. Hey, would you like to join us? Call us now. Achso. Äh. Achso. Hast du schon mal World of Warcraft runtergeladen? Ich hab's, ich hab hier ganz viele Add-ons stehen. Die hab ich mal, ähm. Warte mal. Ich bin grad abgelenkt. Äh. 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 Okay, ich hab eine LV-Transformer. Ich bin fucking white. Das gibt's gar nicht. Ich bin so stolz. Gut, das hab ich eigentlich alles für ein, äh, MFE-Apparatur. Da muss ich aber den Jan nochmal genauer fragen. Und dann haben wir hier. Wie macht man diese Dinger nochmal? Das scheint ja alles gut ausziehen. Ein Eimer und Tin. Achso, oder eine Glasflasche. Glas. Hab ich denn Glas? Aber kannst du pennen? Ja. Gute Nacht. Ähm. Warte, ich komme, ich leg mich auch hin. Gute Nacht. Achso, ja. WoW, genau. Weil. Ja, WoW hab ich nur noch ganz viele Addons stehen und so. Weil ich das mal zum Wichteln bekommen hab. Wir machen die. Wir machen immer so Wichteln. Als CD meinst du. Als DVD. Ja. Aber die kann man ja nicht auf einen Account übertragen. Von der nützt mir das nichts. Gar nichts. Ich hab auch nämlich ein paar. Aber die sind schon älter. Ah. Ähm. Ähm. Jetzt wollte ich mir die Start Edition runterladen. Glaub mal wie groß das ist. Ist das kostenlos? Ja. Nur bis äh Level 50 äh Level 20 glaub ich. Achso. Achso. Glaub mal wie groß die Datei ist. Dann fällt's vom Stuhl. Ich sag mal 20 Gigabyte. Fast. Ja, 28. 20. Also bei mir sind es 8. 20. Das geht doch noch. Ja. Hm. Weißt du wie lange ich dafür zum Runterladen brauche? Das sind 0,1 Prozent pro Stunde. Hahaha. Dann kannst du dir das mal ausrechnen. Ach. Das ist so ein Kack. Du haben mal. Und ich will da so unbedingt einen Kumpel hat das der Mr. Blastow. Der hat das. Der das auch oder nicht. Und der fragt mich im. Hab ich schon runtergeladen. Schon runtergeladen. Hab ich den schon geschrieben. Das ist unmöglich. Du wirst es also nie haben? Mhm. Ist ja nicht. Ich kauf's mir glaube ich. Achso. Aber da musst du bestimmt noch massenweise Updates runterladen. Kann sein, ja. Ja. Das heißt wohl ich muss warten bis ich umziehe. So. Ich brauche. Wenn du nach deinem Umzug eine bessere Internetleitung hast. Na klar. Hallo. Wenn ich nach Köln ziehe. Achso. Nach Köln. Ist das jetzt fest. Nein. Das steht nicht fest. Wenn du nach Köln siehst in der Innenstadt. Oder wenigstens etwas städtisch. Dann bekommst du schon eine gute. Ja. 50.000 oder was hast du? Ich habe 25.000. Ich habe 25.000. Okay. Dann hole ich mir eine 50.000. Aber das Upload ist ja wichtig für YouTuber. Und ich würde dir empfehlen, geh nicht zu NetCologne. Das ist nämlich ein Provider, den haben wir hier. Ja. Und der bietet sehr schlechte Upload-Raten. Oh. Beknackter Support. Also muss ich eigentlich immer nur nach Upload-Raten gucken. Ja. Mhm. Nach VDSL. Da hat man im Moment jetzt. Ja, das weiß ich. Das meiste an Upload-Raten. Weil weißt du, der Upload-Rat ist ja dafür verantwortlich, wie schnell du ein Video hochladen kannst. Ja. Okay. Und das wäre schon geil, ne? Wenn so ein halbe Stunde Video in guter Qualität nur zum Beispiel jetzt, ich sag das jetzt mal, so eine halbe Stunde dauern würde, oder? Mhm. In wirklich guter Qualität. Also ich sag mal so, jetzt kann ich mich auch nicht beschweren. Ja, deswegen, ich will dann aber auch gute Qualität. Oh, da kommt direkt ein Zombie. Ach du Scheiße, wie viele Zombies. Hä? Du glaubst es nicht, aber mir fehlt grad ein Tin-Inget. Ein, ein Sieger. Hier kommen auf einmal fünf Zombies auf einmal auf mich zu. Oh. Was ist los? Oh, nicht, Leute. Schnell an. Oh, jetzt hab ich aber schnell reagiert. Bei, ähm, also bist du jetzt bei NetCologne oder wie das heißt? Ja, ja. Und das ist ein Drecksunternehmen. Genau wie Telekom. Ne. Ne. Ich find der Telekom da sogar noch besser. Das ist schlimmer als die Telekom, Casey. Aber es ist jetzt durchgekommen, dass Telekom doch kein, äh, Dings setzen darf, Dings. Ja, das dürfen die nicht, weil, äh, sie müssen, die dürfen das auf jeden Fall nicht Flatrate nennen dann. Ja. Ich glaub, ich weiß gar nicht, was ich sag. Weil eine Flatrate bezeichnet man in Deutschland als unendlich. Verstehst du? Ja, das kriegen die noch hin. Ja, die, die nennen das dann halt nicht Flatrate, sondern... Ja. Weiß es nicht. Weißt du, und dann kommen die doch noch durch damit. Ja. Aber das gilt ja nur für die neuen Verträge, hab ich gehört, oder? Ja, deswegen, wenn ich hier irgendwann umziehen sollte und dann neuen Vertrag, bla bla, Erweiterung. Also ich kann dir nur, Casey, wirklich raten, nicht zu NetCologne zu gehen. Ja. Das wäre, würde mir sehr am Herzen liegen, wenn du das nicht machen würdest. Allein das Verhältnis, guck mal, ich habe eine 25.000er Down und nur 1,5 ab. Bei anderen Anbietern habe ich eine 25er Down und 5 Mbits ab. Wow. Das, das Verhältnis ist extrem schlecht. Und wenn du eine 50er hast, dann hast du nur 2,5 Mbit ab. Ja. Das ist überhaupt gar kein Verhältnis. Und um etwas mehr zu kriegen, brauchst du direkt eine 100.000er Down. Dann hast du aber auch in Anführungsstrichen nur 5 Mbit ab. Das ist einfach zu wenig. Mein Vater, der ist bei der Telekom. Ja. Und der hat, äh, der hat jetzt, ähm, ich habe den Vater verloren, 50 Mbit Down. Ja. Bemerke bei der Telekom. Und 8,5 Mbit ab. Cool. Verstehst du? Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Und es würde die auch nicht mehr kosten, von der, als würde den Kunden ja nur guttun. Von der, warum sie es nicht einfach machen. Tja. Keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wie, welche großen Verhältnisse die, äh, da haben aber Google, äh, das eigene Google-Netz. Die haben ja auch jetzt irgendwie Google Fire, äh, Wire, wie das Ding heißt. Die haben ja Glasfaser. Wirklich? Die haben ja in den USA. Gibt es? Ach so, in den USA. Aber die sollen das, glaube ich, sogar beste haben. Gibt es einen Geschäftsbereich, in dem Google noch nicht integriert ist? Äh, fast, ich glaube es nicht. Ich, ich glaube in Supermarktketten oder so. Gibt es bestimmt auch bald Google Foods. Ja. Und dann kannst du nur mit Google Wallet bezahlen. Die sind ja schon im Weltraum, glaube ich, ne? Ja, überall, Alter, überall. Ach ja, das muss ich dir auch noch erzählen. Oder beziehungsweise deinen Zuschauern. Ja. Ähm, es gab mal, äh, in 2013, an einem Tag, war Google um 23.57 Uhr down. Ja. Stell dir mal vor, Google down, die Websuche, google.de, war down. Und, ähm, in dieser Zeit, ne? Ja. Das waren, glaube ich, zwei Minuten, sind 20, du musst dir jetzt mal vorstellen, 20 Prozent, ne, schon gar nicht, 40 Prozent des Traffics im Internet zurückgegangen. Oh. Weißt du, wie viele internetfähige Geräte es gibt? Ja. 40 Prozent. Da sieht man mal wieder, wie riesig Google ist, ey. Und wie viele Suchanfragen da täglich stattfinden müssen. Also, ja, wenn ich irgendwas suche, dann geh ich auch nach Google. Ja. Wer geht denn schon auf Bing oder so? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist... Ich hab das... Ich weiß nicht, wo ich Bing mal hier kenne, aber... Ich glaub, beim Standard, äh... Bing ist von Microsoft. Explorer-Ding, ja. Ja, das... Das kann sein. Die bauen... Die versuchen das halt überall zu integrieren, damit sie nicht ganz verlieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, die fast gar keine... Ich sag das jetzt mal in Quoten, also Quoten haben. Hm. Das ist echt... Schade irgendwo. So. Ich renne der Törtel hier teilweise schon hinterher, nur um einen einzigen Din zu finden. What the fuck? Das ist erbärmlich. Ich... Ich geh mal gucken, ob ich... Ich geh mal gucken, ob ich... Ich... Ja. Du musst ja nur fragen, ne? Gegen... Gegen was denn? Gegen... Ja, nix. Ja, nix. Ich kann dir tausendfach... Appetite geben. Oder... Lid... Oh! Sieben mal die zwei. Deine Appetite-Rundnummer. Ne? Gelfi. Ja. So. Hopp, 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 hopp. Appetite. Türkis. In Mars. Ich hab die Electric Furnace. Huhu. Jetzt verbrauch ich dadurch jetzt nicht auch noch unnötig Strom. Warum ist hier noch nicht Holz ausge... Ich muss aus... Äh, nicht aufhören jetzt mit der Aufnahme sofort. Okay. So. Denn das will ich aber noch platzieren, Mensch. Menschenskinder.de. So. Der ist platziert. Perfekt. Bin ich froh, dass das hier alles läuft, meine Maschinerie, ja? Und noch ganz schnell, meine lieben Freunde, bevor ich noch was mache... Ganz schnell. Ganz schnell. Komm schnell, beeil dich. Das gebe ich ganz schnell. Zwei empty cells machen. Da werde ich dann morgen wieder Lava ran tun. Und dann sehen wir uns. Euer Mark von Headgemini verabschiedet sich. Ich weiß nicht, ob die Kathy jetzt auch tschüss sagt. Äh, ja. Ja, ich sollte aufhören. Ich sollte nicht mehr so lange machen. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mark. Ja, danke schön. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.